Hallo meine Lieben Korto Aschkos Hallo wir spielen heute League of Legends eins gegen eins er spielt den Twisted Fate die ich bin schlecht verliebt mit die Notblitzkrank also nicht Blitzkrank ist und dann Blitzkrank anderes während die Hand so ein Anlobent ja und ja wir sehen uns nach dem Mittel im Spiel okay wir sind jetzt im Spiel EU jetzt so richtig ablosen ich weiß nicht welche Hälfte sich nehmen ich habe nur dreimal gespielt und nullmal gewonnen Alter nein oh Gott oh ich lebe noch du fiss dich nein ich flash mich da auch noch ich habe gehört ich bin ich habe voll die Fräulein ich weiß nicht die Welt also ich kann mich hier im Kettbewerb ich bin um nur ließen es ist der Fall der Minionsanmützer ich denke immer bei Smartcast dass der sich dann automatisch hindreht ja genau automatisch ist klar wer ist der von OP oh Gott nein alter alter die schon wieder wie viel damage du mir einfach machst nein oh Gott das ist schon 3-0 alter ich kann ja nichts machen mal küsst witte ALTE WTF ALTE die mich die mich versperrt die 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 es kann nicht bestimmen nur es nichts gegen machen und die Sohn da wird Absicht Städte ich dachte es ist ein Grund kurz wartet doch 20 Sekunden die Rundfunk die sich die Krise wieder aufbaut um ein so ist doch alter war ich will nichts gegen ich weiß das würde ich als Mediator Alba Schau mal wie weit das ist es ist der 20 Minuten ich bin der Bescheid im Turm von der Ehe ein Ziel ist ja am Mann verheiratet der erste Schlag der war genau so all die ist Puchstuhl nicht so hart ja ich hab verloren der Schütze die Minions zu kehren ich bin die jahre sich verarschen es dann ist nämlich jetzt kielst du mich schau alter die hohe alter ich habe gesagt ich will dich nicht aus dem Kumpel stehen mit da schaue du kriegst mich wie ich das hasse wer steht ich verliere was was so toll geworden scheiße los mit Jons los nein die 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 das sind zu viele mit uns von mir und mein Leben ich bin für mich gibt es die in den Zeilen schlacht es so aus sterben ich befehle ich gehe ich habe es vertreten es kommt auch ein paar Alter komm ich eh nur noch 400 aber ok sterf mal 8 12 und ich bin vor allem gewinnen was denn was denn Äh was Alter Alter Opa kam da im Saal ich hab ganz vergessen dass du dich porten kannst oh geil okay das war das Match beenden sollen ja na schau und du checkst nicht was passiert das ist voll scheiße man äh äh ähm ja bis zum nächsten Mal Leute ciao